So, hallo an alle zur nächsten, oder was heißt zur nächsten, zu einer Minigames-Folge. Wir spielen Paintball auf einem Server mit massig vielen Leuten. Ich habe auch ein bisschen auf Facebook gepostet, wer mit will, kann alles mitmachen und geht schon los. Ne, wir sind Team Road. Team Road sind wir, kann man, kann man Zweck verzaubern, bringt das irgendwas? Ne, bringt nix. Okay, wir spielen Paintball, Minigame. Und ja, einfach ein Stück normal, random bisschen gepostet, das können viele Leute mitmachen. Dann, äh, immer mal ein bisschen Facebook im Auge behalten und dann kann man da eventuell auch mal mitspielen. Ist auch dementsprechend ein Server, den ich neulich mal kurz vorgestellt hatte. Wir sind Team Road und spielen jetzt erstmal Paintball gegen ein paar andere. Ich weiß gar nicht, hier spielt schon Fleiß durch die Gegend geschmissen mit Potions, aber... Oh, es geht los, es geht los, es geht los, es geht los. Gut, 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 oder schlecht. Wofür sind eigentlich die Eier da? Sind die auch für... BTF, was ist das? Ah, da ist blau, da ist blau, da ist blau, da ist blau. Ah ne, was zur Hölle ist hier los, was? Also ich werde mich hier gerade mal vielleicht umbenennen oder so. Yeah, ich habe einen gekillt. Man, einer ist weg, noch einer. Ich bin auch weggekillt worden. Äh, was war das? Oh, doch, bin ich gekillt worden? Ne. Ach, oh, das ist ein eigener. Äh, äh, Moment, Moment, Moment. Ja, doch, ich glaube, ich bin gekillt worden irgendwie. Oder wie komme ich denn jetzt hier wieder weiter zurück, oder? Nein, kriege ich von hier gar nicht. Ich gehe aber mal kurz so runter. Oh, das geht, das geht sogar. Okay, okay, okay. Boah, hier in Wäldern sind es alle drin. Oh, das wird nix. Die kann man nicht angreifen. Was, was machen die hier? Ich kämpfe lieber mal gegen... Ne, ich gehe noch auf die Blauen, ich gehe noch auf die Blauen. Verdammt, achso, das sind Granaten. Yay, den habe ich gekillt. Haha, also mir macht das Spaß. Es geht ja ziemlich flüssig hier. Und zügig. Also, wie sieht es denn aus? Ich bin hier gerade ziemlich... Mann, verzieh dich doch. Das spielt, glaube ich, nicht mich, die Spectaten nur. Das ist doch scheiße. Tschüss. Der ist schon mal weg. Oh, warte, ich muss kurz nachladen, nachladen. Ja, nachladen. Oh, nein. Oh, da war... Den habe ich auch gekillt. Oder weniger. Zählt das als killen? Ich hoffe, das zählt als killen. Oh, bin auch raus. Aber ich habe noch Leben, oder? Ich mache übrigens mal gerade den Chat unten weg, weil der nervt ein bisschen. War das hier bei Steuerung? Ne, war das nicht. Wo war das hier? Mehrspieleinstellung, glaube ich, oder? Chat, Befehle, Bebergen. Fertig, zurück im Spiel. Spectatoren, bitte nicht im Weg rumstehen. Hä, ich bin weg. Verdammt. Ach, hat eine Granate reingeschmissen. Scheiße, ich bin schon wieder raus. Uah, wir sehen uns in der nächsten Runde. Ich mache hier kurz einen Cut. Ah, das macht voll Bock. Bis gleich, Minigames. Übrigens, wo ihr das selbst auch zocken könnt, und ich glaube, ich habe mal den Link in die Beschreibung rein von dem entsprechenden Server. Und hier bin ich dann wahrscheinlich öfters. Und zock, Minigames. Und jetzt kommt jetzt mal der Cut. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich die nächste Runde. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder nächste Runde. In der Hoffnung, es geht dieses Mal ein bisschen besser. Es sind so viele Leute hier. Ich kann... Oh. So, ich will den Chat noch richten. Fliegt da vielleicht alles durch die Gegend. Ich schleiche mich immer schön hier hinten entlang. Haha. Da sehe ich doch schon wieder einen Namen. Ja, ich sehe einen Namen. Oder komme ich hier nicht entlang? Das ist blöd. Ach, das ist ein eigener. Okay, hier unten ist er mal ein blauer. Weg mit dir. Los, stirb. Yay. Einwand frei von hinten. Noch einer. Da oben. Oh. Shit. Äh, response left 2. Okay. Alter, der hat voll unsere Basis infiltriert. Noch einen. Yes. Einer nach dem anderen. Hast du eine Kiste gekriegt? Hä? Was macht die? Kann man hier, äh... PB... Nee, was? Doch, doch. Shop. Ich habe 100. Okay, was kann ich mir kaufen hier? Granaten. Turrets. Airstrike. Okay. PB... Egal. PP... Shop... Air... Strike. Geht das irgendwie? Airstrike? Keine Ahnung, wie das geht. Äh, häh, häh. Das sind jedenfalls Granaten, soweit ich weiß. Und die ballern alles weg. Einem Schlag, selbstverständlich. Oh, verdammt. Scheiße. Okay, ja, da muss man erstmal ein bisschen reinkommen. Aber ich weiß, dass hier hinten jetzt einer geht. Ah, rausgeflogen. Nein. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Cut. So, die nächste Runde Paintball startet gleich in 20 Sekunden. Ich bin hoffentlich ein bisschen besser vorbereitet jetzt gleich und... Ach, hier, warte mal. Vielleicht kann ich noch hier in der Zeit ein bisschen die Deckkraft runterschrauben. Auf... 15%. Zurück zum Spiel. Es geht los, es geht los. So, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Man muss jetzt die 7 zum Beispiel einnehmen für den Airstrike, damit man den Krieg sofort... Und nicht einfach so Dingen sind, ne? Ich weiß aber nicht, wie das Ganze funktioniert. Das müssen wir uns noch ein bisschen schlauer genauer angucken. Ich probiere es gerade mal. Slash. BB-Shop. 7. Airstrike. Und... Was war das jetzt? Och, nö. Ist mein Airstrike weg? Ich habe nicht genug Cash. Meine Fresse. So eine Scheiße da war auch. Na, treffe ich natürlich nicht. Ist natürlich klar. Boah, ey. Lass mich hier durch, lass mich hier durch, lass mich hier durch. Okay, ich gehe mal hier in die gegnerische Basis. Och, Mann. Das war Respawn. Okay, hier oben ist man so tot. Man kriegt aber keinen Fallschaden. Schon mal geil. Kriegt keinen Fallschaden. Da hinten läuft einer. Off the enemies. Habe ich nicht gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie viel kriegt man eigentlich pro Kill. Oh, der ist gefetzt worden. Ähm, wo geht es denn hier hinten so weit eigentlich noch lang? Das ist jetzt das gegnerische Team, oder? Gegnerische Basis. Äh, jo. So wie es aussieht schon. Ja, ja. Der ist weg. Achso, die spawnen hier eventuell neu. Die haben die voll infiltriert hier. Habe ich den gekriegt? Ja, den habe ich gekriegt. Crystal B. Na, wer sagt es denn? Natürlich sind hier vorne jetzt noch welche. Oh, was? Oh, wie eiskalt kann man mich immer treffen. Ah, den habe ich auch gekriegt. Ah, den habe ich auch gekriegt bei dir hinten. Ah, ah, ah. Ach man, das macht voll Bock. Äh, da wird es wahrscheinlich noch ein paar mehr Folgen geben. Ich hoffe, man ist ganz interessant. Yay. Ah, den habe ich auch gekriegt. Den habe ich auch gekriegt. Im Vorbeilaufen. Im Vorbeilaufen. Ach, nö. Ah, verdammt. Ich bin raus. Nächste Runde. Cut. So, das ist immer wieder eine nächste Runde. Beziehungsweise geht fast los. Rappelt voll hier. Ich habe da noch mal kurz am Facebook gepostet wegen Aufnahme. Ähm, wir starten. Nächste Runde. Paintball. Ich bin dieses Mal. Es sieht blau aus gerade. Oh, Mann. Ist das. Alles born auf einem Fleck. Oh, ja. Runde Nummer 3. Was macht denn hier die Kiste? Für was ist denn die Kiste hier eigentlich gut? Ach, gibt es Schneebär daraus? Okay. Also, wir können mal neue Items. Lord, was gibt es hier alles für neue Effekte mit drin? Egal. Diesmal sind die Roten meine Gegner. Äh, meine Gegner. Was? Achso, man kriegt sogar Punkte abgezogen bei Team Attack. Das ist mit an. Lord, ich habe einfach das draufgehauen. Hier war einer, hat sich angeschlichen von hinten. Man darf also auch nicht die eigene eingreifen. Voll schwer. Vor allem, weil die einem direkt immer vor die Nase latschen. Warum ist denn da oben einer? Und der fliegt rum und schmeißt auch mit. Oh, Mann. Mann, wird immer hier schnell rausgeschmissen immer. Okay, ich sollte meine Punkte oder vielleicht einfacher äh, besser aufsparen. Ich muss da echt aufpassen, weil die Schmeiße nur noch hier oben ist. Natürlich, klar. Ganz oben ist ein Roter. Habe ich aber nicht gekriegt. Kill the Red. The Red and the Bad, Guys. Jetzt komm, Alter. Platz, 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 Platz. Habe ich was gekriegt? Doch, ja. Doch, ja. Den, den einen habe ich noch gekriegt. Ich muss jetzt mal, müsste vielleicht mal nachlesen, was die ganzen Dinger hier überhaupt bringen. Oh. Ja, da hat es auch einen anderen geschreddert. Einen roten. Yay. Den habe ich auch gekriegt. Einwandfrei. Hier oben ist ein Roter. Der Stock sieht so von hinten an. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich würde gerne auch diesen Airstrike ausprobieren. Der erste Mal habe ich irgendwie sofort wieder verloren gehabt, nachdem ich da gestorben bin. Der kostet 100. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich jetzt noch habe. Äh, ja. Der ist jedenfalls weg. Ja, der habe ich auch noch gekriegt. Geil. So, ja. Ich weiß gar nicht, wie aktuell die Statistik so ist. Ich glaube, ich habe zu viel von meinen eigenen Leuten gekillt. Der ist auch weg. Ich weiß nicht, spawnt noch jemand neu. Nein. Wir haben gewonnen. Was? Wir haben, nee, wir haben verloren. Match. That is we've lost. Was war ich? Shots fired. Hits. Kills. Team Attacks. 230. Was? Team Red. 19 Spieler hat gegen Blau. 18 Spieler gewonnen. Okay. Ich gehe mal kurz, äh, PB Shop rein, wie viel Cash ich eigentlich habe. 150. Oh, da könnte man theoretisch, äh, ordentlich was kaufen. Ja, Strike. Sehen wir jetzt gleich. Ich weiß noch nicht, wofür die Kiste hier da ist. Vielleicht ist das hier so eine Zufalls... Es gibt Schneebälle. Okay. Ach, egal. Schneebälle kann man eigentlich nur mit, äh, Dings stacken. Okay, diesmal machen wir es wieder ein bisschen schlauer. Das heißt, nicht so direkt offensiv, sondern wir gehen jetzt mal hier hinten irgendwie rum wieder ein bisschen, ne? Das hat ja ganz gut geklappt, wenn uns keiner gesehen hat. Ich hoffe mal, hier gehen nicht alle mal gleich auf mich los. Äh. Nee, der hat mich gekriegt. Hab ich den auch... Nee, hab ich den nicht gekriegt. Alter. Ich bin jetzt wieder Team Blau. Okay. So, so. Ich glaube nachher vorne, wir werden erwartet, nehm ich mal stark an. Boah. Man, die Zone geht irgendwie ziemlich schnell aus, wenn du da stehst und feuerst. Nein! Ach man, das ist doch fies. Wie machen wir das am besten hier? Können eigentlich nur mal warten, so ein bisschen campen, oder? Zur Not. Weil die ist man echt zu schnell weg immer. Nein, weg, weg. So, der ist weg. Der ist auch weg. So, schleichen, damit man sich sieht. Ach komm, wenn ein anderer Blau hier steht, dann macht das keinen Sinn. Kann man irgendwie aufs Dach sich... Nee, hab ich nicht gekriegt. Ich schleiche mich hinten rum. Da steht mich noch einer drin. Jack von den Kings ist wohl eindeutig einer von denen. Ach nee, ach, der sind Blauer auch noch. Och Leute. Nee. Aber ich hab den noch gekriegt. Yes. Aber der mich auch. Da oben ist einer von uns. Äh, von den Gegnern. Ist nicht auch gekommen hier. Ist unsere Base gejumpt? Der darf da auch nicht sein. Haha. Okay. Dreh jetzt alles her. Äh, rote. Noch mehr. Ich geh nochmal in die Base von denen. Auf dem Turm spawnen die auch immer neu, ne? Lol, dieses Gegner... Die ist die rote Base. Und die erinnert auch... Dauert auf meinen Leuten rum. Was, jetzt haben wir gewonnen. Team hat gewonnen. Äh, a new match starts soon. So, wie sieht's aus? Äh, pff. Gab's noch einen Bonus dazu. Dann die Kills. Dann die Hits. Match starts in 10 Sekunden. So, eins häng ich noch dran. Da guck ich mal, wie lange die Aufnahme geworden ist. Das wird dann, denk ich mal, ein Part reingepackt. Dann gehen wir weiter erstmal zum nächsten Minigame. Vielleicht kommen wir wieder. Ihr könnt gern Feedback gelassen, wie's war und so. Aber das, äh, ja. Kommt dann gleich so. Eine Runde noch. Vielleicht hab ich schon... Ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen. Vielleicht sind's ja schon zwei Parts. Ich muss mal gucken, wie ich die schneide. Ein Part, zwei Part. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Erstmal testen, so. Wieder hinten rum, die typische, äh, Taktik. Das erste, ne. So ganz unscheinbar. Kommt irgendwie durch, ja. Okay, nicht ganz hinten rum. Hä? Da oben sind die blauen drauf. Bin ich jetzt rot oder bin ich blau? Ich bin rot. Ach, verdammt. Okay, ich muss die blauen plätten. Muss mal gucken, welches Team hier überhaupt gehört. Die, die da oben stehen, die sind natürlich so gut wie tot. Denk ich mal. Falls ich treff. Was ich nicht tue. Von da unten trifft man nicht. Doch, einen hab ich gekillt. Zwei hab ich gekillt. Haha. Nein. Och, Mensch. Ich guck gleich, wie der Airstrike funktioniert. Ähm, dazu geh ich aber nochmal irgendwie dann hier hoch. Das muss mein Gegner sehen, sagen wir mal so. Yay. Ne, hab ich den? Ne, hab ich nicht. Aber einen hab ich gekriegt. So. Ähm, Slash TV Shop 7. Ein Airstrike. Sobald ich einen Gegner sehe, drück ich einfach drauf. Ganz einfach. Ja, ich hab einen gekriegt. Aber ich hab auch gleichzeitig wieder Team Attack gemacht. Ach so, lol. Das markiert irgendwie Gebiet und dann kommt hier ein Airstrike drauf. Cool. Das muss ich aber in die Gegnerische Base zum Beispiel machen. Der ist weg. Hinten läuft einer. Den hab ich hier. Hab ich noch gekriegt? Nein, hab ich nicht. Hab ich den? Nein, hab ich nicht. Wie sieht's denn eigentlich aus im PB Shop? Äh, 96. Okay, reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz. Ich glaub, wir müssen abzugreicht. Dann würde ich sagen, wer ist das von dieser Minigames-Folge oder diesen Minigames-Part? Weiß nicht, ob es eins oder zwei waren. Keine Ahnung, wie lange ich aufgenommen habe. Absolut kein Zeitgefühl. Wir sehen uns jetzt gleich bei einem nächsten Minigame. Und tschüßen. Wir sehen uns. Vielen Dank.